Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, hier gelandet auf einem kleinen Planeten, uralte Trümmerbergen. Uff, thoreanische Insignien gefunden. Bei Grabungen des Senders haben sie ein Stück Metall, wahrscheinlich von einem sehr alten Frachter, gefunden. Das Metallstück war mit den Insignien des Marzidün-Außenpostens gekennzeichnet. Okay. Da unten ist auch noch was geschädigtes Minenfahrzeug. Schauen wir mal. Okay, die Vorderfront des Marco ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere Genügtung zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minen-Schiffe vertobt sind. Noch immer rieseln fast Vakuum-ähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Okay, habe ich dadurch jetzt irgendwas mehr noch entdeckt? Ne, da ist das Biotika-Lager. Und hier sind die Trümmer. Wir haben sowieso jetzt einiges an Missionen, die wir erfüllen müssen. Ich schaue euch erstmal, dass ich irgendwie zu diesem... ...diesen Trümmern da komme. Wie gesagt, bis jetzt konnte ich die halt eben nie bergen, weil man dafür eine... Oh, scheiße. Wenn man dafür eine gewisse Techniker-Fertigkeit braucht. Ich finde es ganz gut, dass sie dann im zweiten und im dritten Teil diese Missionen rausgenommen haben. Es gibt dann leider nicht mehr so viele Entdeckungsmissionen. Das ist auch wirklich schade. Mit der Zeit werden die auch ziemlich langweilig. Und das ganze Spiel, wenn man da ein bisschen... ...wirst du mich jetzt verarschen. Äh... Ging das nochmal? Ich könnte das doch... Ich könnte das doch einen von den anderen machen lassen, oder? Kann ich denen das denn... ...sagen, dass die das machen sollen? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung... ...wie ich dir denn sagen soll. Hallo? Ne, nicht wirklich. Okay, da ich das jetzt nicht weiß und auch nicht googeln möchte... ...scheiße ich einfach auf die Trümmerteile und tue die Technikfertigkeit einfach weiter ausbauen beim nächsten Levelaufstieg. Sollte er ja im Prinzip kein Problem darstellen. Es gibt noch genügend Planeten, wo man so Sachen bergen kann, glaubt mir. Wer das eine hier jetzt mitnehmen oder nicht... ...müsste da keinen großen Unterschied mehr machen. Ich sollte mich jetzt rechts halten. So. Mal sehen, wie gut dieses Kultistenlager wirklich befestigt ist. Ich vermute mal gar nicht mal so stark. Was soll man denn hier hinten schicken, hm? Boah. Ups. Ein Goldvorkommen. Ja, ich würde jetzt mal sagen... ...spricht nichts dagegen, das mitzunehmen. Suche nach Mineral. Ja, genau. So macht man das. Schwermetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein großes Goldvorkommen entdeckt. Jawohl, ja. Das markiert man dann nämlich immer so schön mit so einem Markierstäbchen. Und dann kommen da Allianz-Schiffe und holen es ab. Ich glaube, wir können uns jetzt hier drinnen gleich mal auf einiges gefasst machen. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie... Geht doch. Es ist doch immer ganz schön, etwas ohne Blutvergießen zu machen. Ah, puh, aha. Okay, zwei Quarianer-Schutzwesten. Können wir dann Tali mal anziehen bei Gelegenheit, wenn wir die mal mitnehmen. Wow. Wir können der Allianz nicht trauen. So, wo ist denn Vater Kyle jetzt? Hier lässt sich einiges holen, wie ich merke. Ah, puh. Pistole Striker 2. Schuldfinde, mittelschwer Mensch. Tja. Mittelschwer bringt mich leider nicht wirklich weiter. Lass uns doch mal noch ganz entspannt erkunden, was es hier sonst noch so Schönes gibt. Fehlerhaftes Objekt, Notfallinterface. Technikkit, Granaten-Upgrade, Rüstungs-Upgrade, sehr schön. Schock-Absorber. Bin ja gespannt, was das ist. Alter, stellt euch mal vor, wir hätten gegen die hier alle kämpfen müssen. Gegen lauter so Biotiker. Das, äh... Ups. Das wäre, glaube ich, nicht so cool ausgegangen. Wenn wir uns hier alle mit Biotik beschossen hätten. So, hier gibt es nichts mehr. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Ja, du stehst mir gerade im Weg. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. So, dann sprechen wir doch mal mit Vater Kyle. Ähm, wo ist der jetzt? Ist der doch unter uns, hm? Keine Dummheiten. Wir behalten sie im Auge. Vater Kyle sagt, wir Biotiker müssen zusammenhalten. Jaja, das ist ja alles schön und gut, ja. Aber deswegen muss man nicht hier einen Kult gründen, der gegen die Interessen der Menschheit geht. Gut, das muss ja nicht unbedingt sein. Ist der doch hier unten? Habe ich den jetzt noch nicht gesehen? Ich blinderfisch, ich. Biotiker können sich hier sicher fühlen. Hä? Okay, ich raff's gerade ernsthaft nicht, wo der Typ sich befindet. Kontrollraum. Vielleicht ist er gar nicht hier. Draußen gab's ja auch noch irgendeine Anlage. Schauen wir mal nochmal raus, was in dieser anderen Herberge da ist. Jetzt bin ich ja gespannt. Vielleicht ist er ja da drin. So, ich hoffe mal, wir können hier tatsächlich eine friedliche Lösung erreichen. Weil, wie gesagt, äh, jetzt hier alles, äh, wüst über den Haufen zu ballern, habe ich ehrlicherweise gar keine Lust dazu. Keine Dummheiten. Wir behalten sie im Auge. Ja, ja. Kommt uns entspannt bleiben. Energieanschluss. Ist doch das Ding hier, warum kann ich das jetzt nicht einsetzen? Vor allem so keine Dummheiten. Oh, ich raub euch nur aus, also. Keine bessere Pistole. Nee. Dabei ist das so wichtig. So, hier haben wir auch irgendwie einen X-Mark-Spot. Schauen wir erstmal in den anderen Raum rein. Ich glaube, ich werde dann bald auch mal ein bisschen was auf Universalgel reduzieren müssen, weil ich glaube, so viel kann man gar nicht mitnehmen, oder? Ach, bis jetzt schon. So, die Sachen, die ich doppelt habe oder nicht brauche, die kann ich ja auf Universalgel reduzieren, weil das kann man manchmal ganz gut brauchen. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit ihnen. Warum können sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedliche Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen Ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für Ihre Sünden büßen müssen? Nein. Das... Das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein! Bitte! Ich wollte nicht, dass das passiert. Es... Es tut mir leid. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass sie mich wegbringen, werden sie es nicht verstehen. Sie werden sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Na. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Joker kann Major Kyle von der 5. Flotte abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Commander. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten. Tja, ich habe mit ihm geredet. Denn wie schon die Konsortin richtig bemerkt hat, Sprache ist die mächtigste Waffe. Alle sehen uns an, als wären wir Freaks. Nur weil wir Biotiken haben. Ich wünsche dir, ich würde schon stärkere Waffen haben. Wobei diese Pistole, die wir da bekommen haben, von diesem einen Typ auf Eden Prime, die haut schon echt fett rein. Okay, die Mission ist erfüllt. Wie komme ich jetzt nochmal zurück auf die Normandy? Mit M, glaube ich, oder? Ja, zurück zur Normandy. Haha! Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hätte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meine Glückwunsch. Tja, I'm Batman! Sehr schön. Damit haben wir das Hawking Eater auch erstmal erkundet. So, im Exodus Cluster waren wir schon. Das ist die Frage. Ich würde eigentlich schon ganz gerne jetzt direkt mit Liaras Ausgrabungsstätte weitermachen. Damit reise ich ins... Ja, wie heißt das? Artemis... Tau Cluster. So, los geht der Spaß. Sparta! Knossos. Athens. Und Mazedon. Okay. Also eindeutig von... Okay, also das hat gleich mehrere. Sparta. Athens. Knossos. Das erinnert mich jetzt gerade an Rome 2. Da gibt es ja auch eine Fraktion, die Knossos heißt. Eigentlich sind es vier Fraktionen aus Rome. Aus Rome 2. Und Mazedon. Okay. Dann erstmal nach Sparta. Wuhu! Okay, ich würde mal sagen, wir arbeiten uns wieder von rechts nach links durch. Altarja. Ein ungewöhnlich großer terrestrischer Planet. Okay. Aber sonst nichts weiter Interessantes. Tremandre. Leider auch nichts Interessantes darauf. Okay. Dann machen wir mal... Alsagess. Können wir immerhin erkunden. Ein seltenes Element entdeckt mittels Orbitalscans, wenn sie ein kleines Vorkommen von Plutonium entdeckt. Nice, nice, nice. Idoos. Ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Okay, das heißt, wir können auf Idoos schon mal landen. Dann erforschen wir erstmal noch den anderen Planeten hier. Ein großer Wasserstoff-Helium-Gasgigant. In der Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Schwefel nachweisen lassen. 39,1 Erdjahre, fetter Radius und Gas vollkommen entdeckt. Hey, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So. Und auf Idoos landen wir gleich mal. Äh, Ash und Squatter nehmen, ja. Jeha! Jeha! Eieiei, kleiner Kometensturm hier. Gut, das können wir sicher eh noch nicht entschlüsseln. Wir haben ja keinen Level-Upgrade oder so erfahren. Anomalie und Notsignal. Dann schauen wir mal, was es mit diesem Notsignal auf sich hat. Das fände ich echt cool, dass wir eigentlich pro Sonnensystem haben sie mal einen Planeten eigentlich im Prinzip eingeführt. Wir haben maximal zwei Planeten, die man erkunden kann mit diesem Mako-Mobil hier. Was ich eigentlich relativ cool gemacht finde. Und ich sehe gerade, Leute, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Oh. Ah, wie wir den Dresdschlund besiegen in der nächsten Folge bei Mass Effect. Bis dahin. Tschau, Leute. Macht's gut.